hey leute und herzlich willkommen zu day by daylight wir spielen heute mal mit dem schnuggelhäschen an mal mit dem killer ich habe leider nur ein perk da sie erst level 5 ist normalerweise spiele ich nämlich nur mit survivor ich denke mal so zur abwechslung wo bist du das wort weiten weite boy jetzt liegt er schon was mach ich denn jetzt werde ich doch nicht mein freund werde ich nicht mit dem killer kann man ja eigentlich viel mehr punkte machen ach da ist er dann im gang da haben sie ihn schon gerettet was los da läuft er da ist er nebengang hast du es gesehen hast du es gesehen du bist einfach so schnuggelig du jetzt habe ich keinen extra mehr ein hackeball kein hu ja da bin ich da kann man ein paar extra mit das ist ja nicht ohne axt ein snipen oh die haben schon den generator gemacht lassen wir ein zweites mal heilen der hing ja eh schon mal jetzt gehen wir da oben durch sein da ist einer so nimmel du gehen wir mal dahin gehen wir mal dahin da ist er nicht da ist er nicht da läuft william da kommt noch da kommt noch da ist er nicht da ist er nicht da ist er nicht da ist er nicht da ist er weg da war er gerade Es ist doch unmöglich. Okay, laufen wir weiter. Ich will mich so lange ablenken lassen von den anderen. So, da sind drei, aber nehmen wir nach. Ich sollte vielleicht die saven. Und was ist denn? So, da hinten waren die. Komm, geh nieder. So, Nummer zwei. Ach, da oben. Der wehrt sich eigentlich gar nicht. Ist der AFK? Ach komm, jetzt hört es aber auf. Ja komm, was ist jetzt los? Da ist ein Gen. Da oben ist ein... Ach komm, die sind weit auseinander. Die werden da rauf gehen. Ja, da ist keiner. Da rauf. So, macht's keinen Scheiß. Das machen wir hier. Ach, hast du ein Glück gehabt, Alter. Ah, hast du das? Aufpassen. Ach, ich hab den jetzt getreten. Nicht getreten, aber den noch nicht, ne? Jetzt muss ich den safen. Ah, da ist auch nur einer. Wenn die halt nicht so weit auseinander wären. Da ist aber niemand. Na gut, da gehen wir den Generator an. Da unten wurde ein Gerät. Das bedeutet, diese können... Ja, die können da drüben sein. Au, das habe ich jetzt nicht davon gedacht. Ah, das ist das zweite Mal. Da ist auch niemand. Ne, die sind bei den anderen rum. Da brauche ich ein paar Äxtre wieder. Oh, ich will wenigstens einen einkillen. Nein, oder? Da hinten hat er repariert. Ja, wer hätte es gedacht. Ja, das war jetzt aber schon ein bisschen armselig. Ja, komm. Ja, komm. Ha, ha! Fuck! Da, 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 da. Hm, im Ausgang soll ich den nicht hingen, aber das bleibt mir anders übrig, sonst kommt er runter. Ach, scheiße. Das war doch noch oben. Ach, da wollte ich nicht lang. Was für ein Lack. Ah, ha, 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 ich will keinen Hilfen, Leute, kommen lassen. Nimm mal hin! Was ist jetzt? Ja, kriege ich nur. Ich glaube, man hat einen Haken in der Nähe. Einer ist gekommen. Da ist die Luke. Na, komm. Wenigstens einen einkillen, ne? Werde ich nicht, werde ich nicht. Das ist unvermeidlich, mein Sohn. Tja, was war's? Einer ist weg, komm, der Letzte noch. Oh, der will ja die Luke. Nee, wollte er nicht. Na, wie viele Punkte habe ich ihn jetzt bekommen? Mehr als letztens beim Survivor. Ja, wie gesagt, Killer spiele ich nicht so oft, aber ja, Übung macht den Meister, Leute. Danke fürs Zusehen, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr ein paar Tipps habt, dann bitte schreibt sie doch in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss. Und wir sehen uns dann, tschüss. Vielen Dank.